So Wir sind wieder da Ja In dieser herrlichen Stage hier Wo man alles von vorne machen kann Also, es ist Boah, es ist so traurig, Mann Boah, was ist das denn? Hau ab! Das scheiß Vieh, das kommt immer wieder Boah, stirbt doch einfach Äh, es ist nervig, ey Es ist, Leute, es ist so nervig Boah, es ist so Geht mir nicht auf den Sack, ehrlich So Ach, ja Eine altbekannte Stelle Lieben, lieben wir alle Boah, jawoll, Jungs Mit einem Mit einem Versuch hier Aber die Stage, die ist wirklich schwer, ey Und ich muss gegen jeden hier kämpfen, ey Das ist wirklich nicht einfach So, stehen bleiben, laufen Schießen Laufen So, und den wird jetzt immer schön Boah, verdammt Boah, den kann ich kaputtes mehr schneiden, den kenne ich schon So, hoch Ich hoffe, dass ich jetzt nicht nochmal gegen diesen Boba da antreten muss, ey Das wäre natürlich eine Katastrophe jetzt Weil X ist ja schon tot und der Boba auch Das wäre natürlich schön, alle, die ich schon besiegt habe, dass ich nicht mal nochmal gegen die kämpfen muss Wäre ein Traum Mein Traum wird, glaube ich, wahr Ja, mein Traum ist wahr geworden Also gegen Boba muss ich schon mal nicht kämpfen So, wie war das jetzt hier? Haben wir durchgehen? Aber Bei dem Einpass ging es auch ganz gut, glaube ich Oh nein, jetzt kommt die Stelle wieder, Leute Boah, ey Nein Nein, Leute Ich muss meine Tasten, glaube ich, anders belegen, weil Sonst schaffe ich das hier nie Ich muss mich hier treffen lassen, sonst schaffe ich das Mann Boah, wie ist denn So Nervig, ne Doch, einfach mal da lang, du blödes Arschgesicht, ey Mann Lala Es ist Es ist Es ist so schwer Wenn meine Knöpfe so scheiße weit auseinander sind und der springt Och mein, ich habe einen Kampffinger, ey Jawohl Ja, komm 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 Ne, da war man sich jetzt wieder Andere Technik Ja, du verpiss dich doch einfach So Brauch schnell dahin Die Energie verloren So Oh Oh, Leute, mir tut der Finger jetzt so übelst weh, Mann Ich muss die Knöpfe anders konfigurieren Und Oh, nein Ey, ich muss gegen ihn Oh, Mann Welche Waffe bringt was gegen ihn? Nein, die Waffe ist es nicht Ich brauche die Waffe gegen ihn, Mann, jetzt Oh, war die es? Ne, die ist es auch nicht Welche Waffe ist es? Oh, vielleicht Die habe ich doch von ihm bekommen, glaube ich, oder? Oh 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 Mann Boah, ich muss die Messer nehmen, ich sage So Es ist definitiv die Waffe, es muss sie sein Oh, Leute, wenn ich jetzt Ja Ja Wie sieht es aus mit meinen E-Tanks? Oder E-Tank Tank Tank Wie geht der sich immer auf? Nein, nicht viel Naja, aber wenigstens etwas Jetzt wäre schön, so ein bisschen Energie, wie von Helmy oder so Bisschen mehr Energie War War nicht intelligent jetzt So Oh Mein Leben Ein Leben Boah, cool, Mann, Leute So Die So Jawohl Energie voll Herrlich Ja, so kann man leben Das Vieh lacht mich aus Boah, ich muss hier rein Jetzt kommt die 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 Spinne kommt jetzt Boah, was könnte ich jetzt gegen die Spinne helfen, Leute Leucht Ich versuche einen Flammenwerfer Obwohl Ich versuche einen Flammenwerfer Das muss ich einfach nur auf achten, wo der gleich kommt Und dann kann ich ihm mit den Flammen verhinschen und den Vieh einfach so übelst in das Gesicht schießen So Da geht's Da, 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 da Da, 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 da게 So, 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 so So, so, so Boah, ey Es ist eine Cutter Katastrophe Irgendwas anderes, Leute. Ich brauch irgendwie... Boah. Ich glaub, die war's. Hm. Wie lädt der sich denn auf, dieser schwule Kacki-Tank? So, 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 so. Muss auch nicht sein, ey, Mann. Was mit ihm hier? Oh, meiner... Boah, meiner hat das nicht erst gemacht, was er machen sollte, glaub ich. Oh. Oh, oh. Leute, ich hab nur noch... Oh, oh. Boah, ich weiß gar nicht, ob das was... Üb... überhaupt, was bei dem abzieht momentan gerade, ey. Mann. Scheiße, das ist einfach nur Kacke, sowas. Das geht gar nicht. Ja, ich glaub noch genau da rein. War klar, ey. Ey, wie soll man den denn besiegen? Wie viel Leben hab ich noch? Eine, zwei, ein paar Suche. Zwei Versuche haben wir noch. Also, ich weiß nicht, wie man den besiegen soll. Ist... Das gibt es gar nicht, Leute. Oh, jawoll. So geht's. Ich muss im richtigen... Boah, ich muss wirklich im richtigen Moment drücken. Und das ist... Verdammt schwer. Boah, ey, Hammer. Schön. Boah. Jawoll, Leute, jawoll. Boah, jawoll. Jawoll. Besser kann's gar nicht laufen. Ja. Schön, wenn wir noch in die Energie gehen. Aber... Egal. Man kann nicht alles Leben haben, oder ne? Oder wie sagt man? Jawoll. Weil, der wird immer schneller, glaube ich, oder? Kann grad sein. Boah, jetzt wird's... Zack, zack, zack. So. Boah, ich... Das ist übelst Brainstorming hier, Alter. Mal genau gucken, muss man wieder... Oh, da hab ich jetzt nicht mitgerechnet. Ich meine, dass er hier lang kann. So. Da, da. Oh, hab ich jetzt nicht... Wieder nicht mitgerechnet. Scheiße. Ach, Kaffee. Oh, Mann, ich hab keinerlei... Boah, gleich hab ich ihn. Leute, gleich hab ich ihn. Ach, schade, schade, schade. Naja, toll. Gar nicht genug Zeit gehabt, das Ding aufzuladen. Boah. Ja. Boah, der Boss, der hat's... Ich find, der ist... Ja! Hier! Ja! Ich find, der Boss ist mega schwer gewesen jetzt, man. Ohne Witz, Leute. Da muss es mal übelst... Fünf I-Tengs geben, Alter. Und jetzt? Hab ich's geschafft? Hab ich... Hab ich... Mega mehr durch. Hab ich mega mehr durch. Was ist das? Ein Passwort. Okay. Hä? Okay, versteh ich jetzt nicht. Ich speichere mal eben, Leute. Okay. Mach mal hier rein. Ah! Ich muss die Stage öfters machen. Da gibt's jedes Mal so ein Gate... Ah! Ach, was mach ich denn hier? Okay, okay. Boah, jetzt muss ich... Übelst aufpassen. Oh, Leute. Ich hab... Es gibt endlich mal wieder ein... Weiterkommen in diesem Spiel hier. Äh... Ja. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt hier alles aufhören wird. Nachdem unser... Jura a la Zero... Mal schön den Löffel abgeben hat. Der gute Jungen... Boah, was, wie viele Viecher gibt's denn? Wo ist so hier? Die Energie, die ich einsam... Ah, die... Ah! Jetzt verstehe ich den Sinn der E-Tanks. Die überschüssige Energie, die ich einsammle... Die geht in den E-Tank... E-Tank... E-Tank rein. Und ich hoffe natürlich, dass ich jetzt so ein bisschen... Was bekomme. Ich hab... Gelesen, es gibt noch einen zweiten E-Tank. Und ich glaube, wenn ich das jetzt hier nicht schaffen werden sollte... Werde ich auf jeden Fall den zweiten noch holen. Okay, jetzt muss es auf jeden Fall was geben. Boah. Ja, Leute. Boah, wie soll ich denn... Boah, geil, so was mag ich. Müsste jetzt eigentlich wieder voll sein. Was muss ich mir hier aber... Bis jetzt stell ich mir aber ganz so doof an hier, oder? Mann! So. Okay, Leute. Wir cutten das Ganze wieder mal hier. Freut euch auf den nächsten Part. Ich hoffe, wir haben uns bald mal fertig hier. Meine Finger tun auf jeden Fall schon weh. Also, ich bin's mal Tizzle. Freut euch aufs nächste Mal. Tschüss, Koski.